das feuer greift um sich weiß jemand wo es lang geht ich weiß nicht nicht doch ganz schnell worauf warten wir noch weiter willkommen zurück zu let's play left of the 2 yeah hallöschön kage am start guten tag kalter strom heißt die karte ist scheiße aus ja und das sind jetzt wieder die charaktere aus dem left of the 2 also wir haben ja die letzten kampagnen waren ja aus left of the 1 und jetzt wieder die 2 und ich muss sagen jetzt wo ich es sehe ich habe da schon mal gespielt die kampagne ich weiß nicht ich war glaube ich nicht dabei aber ich habe das schon gespielt und das war sehr hart aber da konnte ich auch kein left of the 1 mittlerweile immer noch nicht sollte doch schon besser gehen die letzte kampagne übrigens danach kommt ganz übrigens mittlerweile besser als früher danach kommt auf jeden fall des kraft eine minecraft add on da und was danach kommt mal kugeln mal kugeln mal kugeln aber das ist die letzte offizielle kampagne so jetzt dürft ihr jetzt nur ein scheiße labern einfach mal im fluss nach einfach dem kai hinterher einfach dem gay hinterher mal schauen ob sie heute schaue bei ihm ist das immer so ein problem ich gebe dir mal vorher herr dicker komm schon einmal reich aber nicht zehnmal du hast mir jetzt drei vier schaden gemacht ich habte ich hab nur den resten kann sein dass wir gerade im kreis gelaufen sind ja 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 doch 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 ich will auf den wasserfall rauf mensch läuft ja super kai läuft in die falsche richtung ich schieße mich acht mal mensch mit euch macht das keinen spaß und keinen sinn das gibt es doch wohl ja ihr macht nur fehler da oben ist ein das ist ein boomer achte jetzt die verrollen waren oder kommen er macht doch nicht alt so schnell und nicht rennt vorneweg man ich guck mich halt gerne auch mal um aus ja auch nur an der blick ob man auch nicht mehr der größten ich bin auch scheiße so ist und das gibt es ein bisschen alles verpesten ist scheiße ich bin ich denn mit dem Ort dann fuck 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 bevor jemand scheint scheiße ich werde hier gefütet ja ich komme ja es wäre sehr hilfreich so seit wann stehst du nicht drauf gefütet zu kleiner anfangsschwierigkeiten ich wurde jetzt gefütet obwohl ich aufkabe weil das ist voll fies vom spiel kann man da nicht drücken hey ja Kai hast du da was gedrückt äh Achtung Zobby ist im Anmarsch und man hat das Benzin raus scheiße da ist jetzt echt jemand drin merk ich jetzt erst hardcore Kekse ja dann willkommen in der Aufnahme ahhh wer hat das angeschossen keine Ahnung willkommen in der Aufnahme da hat er die kleine minimale Chance genutzt du Saukerl vergiss mal einmal auf deinen zu gehen und schon jointen Zuschauer prima ich verbrenne hier so ich hab das nicht mal mitbekommen wo geht's jetzt hier lang ihr kommt ihr Männer und Kai irgendwo oh hallöchen Kai oh oh Splinter Achtung 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 oh das oh sorry der läuft ja im Weg rum dieser warum hast du gerade Splinter gesagt ach ich mal der Sektor immer Splinter ja also ich glaub einfach einen Splinter jetzt hör auf du Zickenblinda klug Scheißer ach halt's Maul ich weiß doch keine Ahnung hier ich bin doch die ganzen Viecher Clip wenn ihr noch Question Achtung Wo registration acum auch scheiße muss nachladen auch scheiße, scheiße, scheiße Scheiße Dankeschön 耳 pocz Geld könnt ihr mal weg bleiben dahinten ich denke wir werden sterben Eher drinnen hat es Munition Warum auch nicht? Oh, ein Scharfschützengewehr. Äh... Ah! Keiner ist, Keiner ist, Keiner ist. Ich sehe schon wieder aus wie... Man kann auch die Tür zumachen, wow! Oh, mal kurz, ich hab ne Sniper, wo sitzt er denn? Und dann? Ach! Ähm... Was... Was machen wir jetzt hier eigentlich? Ja, rausgehen! Hier geht's ja nicht weiter. Geht da, wir müssen links. Wir müssen da links. Links vom Haus links. Nein, Jockey! Hilfe! Danke! Kommt da ins Haus. Seid brav, kommt ins Haus. Ach, hörst dich, du Schlampe! Oder du warst früher mal ne Schlampe. Und die... Ist immer noch Schlampe. Schlampe, einmal Schlampe, immer Schlampe. Ja! Ja! Sprinter! Ob Zombie oder nicht? Ja, schon wieder! Und! Klo, ich muss kacken! Ja, ich bin nicht schon da drauf. Egal! Geh weg! Ich schmeiß mir jetzt mal Pölen rein. Und so. Elend! Was gibt's hier oben, ne? Witz ja nochmal hoch. Oh! Tatsächlich! Ja, aber nichts. Aber wir können durchs Fenster. Da geht's auch weiter. Dann gehen wir halt durchs Fenster. Ups! Oh Gott! Wer schießt auf mich? Ah Kai! Jetzt! Ihr geht einfach an mir vorbei! Ist unfassbar! Ist unfassbar! Irrisch! Ihr seid mir zu langsam! Ja! Ja! Wenn jemand hier von hinten auf mich schießt! Oh! Puck eingangs! Der schützt mich! Kai hat die Mäute ausgekommen! Ich muss immer nachladen! Das gibt's ja nicht! Oh! Ich bin hier runter! Ups! Wow! Klasse! Auf... Halt's auf mich, ne? Wir gehen da runter! Oh! Oh! Ich muss nachgehen! Ich komm da nicht runter! da unten ist ein Achtung, da unten ist ein Cha-Cha, unten ist ein Cha-Cha, aufpassen Meine Fresse Okay, wir müssen sogar runter Ist der Tod? Ja Okay, immerhin, Schutzraum Gut, dann kann ich schreien Ah, fuck Puh, das war komisch, aber Doch noch gut Sollen wir den Typ wieder rauswerfen? Haben wir schon mal mit einem gemacht Nee, komm, wir lassen den jetzt mal drin Wollen wir ihn drin lassen? Ja Wollen wir ihn drin lassen? Das war schon Nummer 1 Nummer 1 Und jetzt kommt südlicher Kiefernstrom Alles gleich Ich brauche unbedingt Verarztung Ja, ich auch Gunnar In den südlichen Regionen Weil irgendein solche Labbe-Duddel es nicht lassen konnten, mich anzuzünden Ich frage mich, wer von euch das war Ich war's nicht Aha Also kann sein, dass ich das war, aber ich weiß nichts davon Ich war besoffen Medikit, nehm ich mir Gibt's nicht Ey, sag mal Kann ich vielleicht auch mal ein bisschen was von abkriegen? Soll ich dich heilen? Ja Ich greife halt direkt zu, bevor irgendjemand das holt Ja Woher kenne ich das nur? Ja Weil es nicht blendet Ich glaube, ich hole mal Immer gleich alles doppelt nehmen Ich gehe jetzt mal Was haben wir denn hier sonst noch? Lade nach! Ja, Sonne! Kai, warte mal Merkt euch eins, Sonne ist schlecht Ja Ihr seht's ja, es blendet nur Immer so normal Sehe nix Oh, hier draußen hat es Stumke hier Eine AK-47 Ich höre die So kommt her, ihr Nudeln Abra-Nudeln Ja, ich glaube, ich nehme auch mal hier so ein fettes Verpisst dich Verpisst euch Oh Na komm So Ich treffe die nicht Weil die von mir weglaufen Oh, nö, nicht schon wieder Boah, die sind halt Boah, leck Boah, binde Oh, oma So Es greift mich was von hinten an Ich drehe mich um Und es greift mich immer auch von hinten an Und drehe mich wieder um Und dann sehe ich das so plötzlich vor mir Die Leiter hoch Die Leiter hoch Alter, da geht alles unter Oh, geiler Arsch, EG Bitte? Ach, nix, die beiden unterliegen Oh, scheiße Tank, 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 tank Füllt er das, bevor es Eier legt? Okay Wer ist weg Da hat's Moni Moni, kein Wo war der Dings Kein Kolotow Äh, ja Kolotow Wo soll's weitergehen? Ich denke mal da vorne Hier ist ein Basey Den kannst du dir nehmen Nee, nee Ich hab Katana Ich hab Katana Bam Mensch, Leute Oh, echt Ich will den Alter vom Alter So Oh, oh, das sind Ah Stock Ah, doch nicht Ah, scheiße Hilfe Danke Oh, Splinter Jetzt sag ich auch schon Splinter Bitter Ja, aber wie ein Kai Das ist schon wieder, dass du auch Splinter sagst Da ist irgendwo ein Jockey Und Char-Char hinter dir geht Oh, fuck Der hat nicht Ja, wie immer Oh Immer ich So, ich bin überhaupt nicht drin Aber ist nicht so schlimm Scheiße Kann man da hoch Irgendwo? Keine Ahnung, wo's lang geht Äh Packt mich nicht Äh, geht's da hoch irgendwie? Ich glaub hinten Geht's Gibt man da hoch? Ja, hier Wie geht? Hinten Ja Da geht's weiter Da haben wir eine Kettensäge Ich kann's mit dir nehmen Kettensäge Kettensäge Meins Wunder, dass ein Katana Nö Egal Wo geht's jetzt weiter? Über die Autos, glaub ich Da Ja, Autos Auto hier Auto da Oh, fuck Oh, du Vollidiot Mensch Kollege Ja, ich will freundlich sein Damit die auch mal mit mir spielen können Und die dann Aufnahme sein dürfen Das sind die hässliche Viecher Das sind die hässliche Viecher Zombies, hast du warte, das ist Das ist ein Robleson oder was? Du sagst dir auch schon Viecher Ja Hab ich dich angesteckt, ne? Ja, vielleicht Das sind keine Viecher, das sind Liebewesen Das sind Zombies, sie haben auch Rechte Ich geh mal ein bisschen weiter Nee Zu Ignat Bin ich nicht der Meinung Haben auch Gefühle Naja Ja, komm, lad doch mal endlich Nach meiner Brüte Braucht er Auf jedem Auto Hör auf, auf den Autos rum zu springen So, äh, wo geht's weiter? Ah, da, da, da runter Ja, schätzungsweise haben wir nicht durchs Feuer Nee, hier runter Wow, oh, oh, oh Was? Hier? Der ist tot Meine Fresse Oh, na, ha, cha, cha vergewaltigt Oh, gerne, er macht gerne Äh, wo, wo seid ihr denn da runter, verdammt? Ach, hier Sag doch was Der Jockey hat da irgendwo rumgepackt So Oh, ah, nee Ich verwechsel mit Jockeys Nein, Hunter, Hunter Wo, 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 wo Oh, ich hab ihn gekillt, lol Das ist doch gar nichts Ich hab ihn Hunter gekillt Hab's gar nicht gemerkt Ich hab ihn nur schreien gehört Und weg war er Lade 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 Schießt auf die Fässer? Lade Lade Nicht auf die Fässer schießen, warte mal noch kurz Wartet noch kurz Ah, hier hat's ein Schatzzeug Hier hat's Pexel, da hat's noch Shotgun So Hier drin hat's noch Munition Ah, sehr schön Die alle Ah, achten, Freunde Wo? meine fressen also jungs wenn man auf die fässer schießen und alle auf die fässer achtung macht gleich so nichts da durchlaufen vor bäumchen auch scheiße wo man gibt wir uns aber ich hätte mich heilen können ich steppe scheiße ich habe mich gerade mal geschützt mich mal geht es überhaupt lang ja wir müssen hier durch den Tunnel aus dem Tunnel immer noch in Worten ich habe gar nichts aus dem Monat nur noch ein bisschen akar money schief wieder will du nicht einfach so viele Treffler passt auf auf die starke Strömung ja sorry alles einfach wegballern und fertig ist ja jungs jockey 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 hilfe ich muss dann immer nachdrehen hilfe ich muss dann immer nachdrehen das ist unfassbar äh könnt ihr mir helfen ich sehe nichts bei mir ist alles grün einfach geradeaus glaube ich ja witzig ich habe noch vieler ja hartkorn was er festgesetzt fahrt schwer geht bist du es scheiße hilfe Prozent Prozent Nein ich hatte dennoch danke das ist hart Vorsicht als das Bömer Kotze oder wie war das nennen es für drei Später ach nee Gott ich meine ich bin für reich ist weiter und leider gestern und scheiße ja toll ist von den Händen zwei davon ist er nicht lang können wir dennoch wo er helfen oder für die Treppe selber Ackmann und ein ja gut aber es ist mir mal wenn es geht ich will hier hat die Fall ich hänge hier fest wenn wir da selber runter gehen ich mal selber runter so gut einfach durchlaufen ich muss jetzt einfach durchlaufen ich muss in den Schutzraum es geht in den Schutzraum geht runter oh scheiß ich bin Boomer kotzvoll einfach weiterlaufen ich sehe nichts das heißt hinter mir ist ein Hunter auf mir ok ich bin tot fast laufen wir weiter ja ich bin auch gleich da auch noch scheinlich ich bin tot scheiße irgendwo kommt jetzt noch ein Jockey oder ein Hunter oder keine Ahnung was ja Jockey oh mein super ich hab doch gesagt geht da nicht runter egal passiert nochmal